Ich renne jeden Morgen um den See. Ich übe jeden Nachmittag Klavier im Musikraum. Sie klettert jeden Sommer auf den Berg. Sie klettert jeden Sommer auf den Berg. Sie setzen sich auf die Bank. Sie setzen sich auf die Bank. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Wir besuchen jeden Sonntag meine Großeltern im Altenheim. Sie tanzt jeden Samstagabend im Club. Sie tanzt jeden Samstagabend im Club. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Sie trinkt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Sie gehen in den Park. Sie gehen in den Park. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Wir sind im Park. Wir sind im Park. Wir sind im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! Ich koche jeden Abend. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich hole jeden Tag in den Winter. Sie wandern jeden Sonntag in den frequencies geschenklara dazu hinter mir. Sie fährt jedes Wochenende mit dem Fahrrad zum Strand. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich gehe in die Universität. Ich gehe in die Universität. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Abend in die water. Ich gehe jeden Tag in die Stadt. Ich gehe jeden Tag in die Stadt. Ich gehe jeden Tag in der Stadt. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin in der Universität. Ich bin im Bett. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich übe jeden Nachmittag Klavier im Musikraum. Ich übe jeden Nachmittag Klavier im Musikraum. Sie klettert jeden Sommer auf den Berg. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Sie setzen sich auf die Bank. Sie setzen sich auf die Bank. Sie setzen sich auf die Bank. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Wir besuchen jeden Tag meine Großeltern im Altenheim. Wir besuchen jeden Tag meine Großeltern im Altenheim. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe in der Bibliothek. Ich gehe jeden Tag mit dem Bus zur Universität. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Er fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich gehe ins Krankenhaus. Sie gehen in den Park. Sie gehen in den Park. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich gehe jeden Tag in den Park. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Sie fährt jedes Wochenende mit dem Fahrrad zum Strand. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich gehe in die Universität. Ich gehe in die Universität. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Wir sind im Park. Wir sind im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin in der Universität. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Sie tanzt jeden Samstag Abend im Club. Sie tanzt jeden Samstag Abend im Club. Zum Abschluss hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht uns zu unterstützen, indem Sie auf den Daumen hoch klicken und unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung und wir sehen uns in den kommenden Videos. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich übe jeden Nachmittag Klavier im Musikraum. Sie klettert jeden Sommer auf den Berg. Sie setzen sich auf die Bank. Sie setzen sich auf die Bank. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Wir besuchen jeden Sonntag meine Großeltern im Altenheim. Wir besuchen jeden Sonntag meine Großeltern im Altenheim. Sie tanzt jeden Samstagabend im Club. 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 Sie tanzen jeden Tag und macht toll. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Wir machen jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Wir machen jeden Tag ein Bild im Atelier. Wir machen jeden Abend. Wir machen jeden Tag einen Film im Kino. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Sie gehen in den Park. Sie gehen in den Park. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Wir sind im Park. Wir sind im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Wir gehen in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Sie wandert jeden Sonntag in den Bergen. Sie fährt jedes Wochenende mit dem Fahrrad zum Strand. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich gehe in die Universität. Ich gehe in die Universität. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Ich gehe jeden Tag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin in der Universität. Ich bin in der Universität. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Ich bin im Bett. Ich übe jeden Nachmittag Klavier im Musikraum. Sie klettert jeden Sommer auf den Berg. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Ich lese jeden Abend ein Buch im Wohnzimmer. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Sie spielt jeden Tag Schach mit ihrem Bruder. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie trinkt jeden Morgen Kaffee in der Küche. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie schreibt jeden Tag einen Brief im Büro. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Sie hört jeden Abend Musik im Schlafzimmer. Ich warte im Krankenhaus. Ich warte im Krankenhaus. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Wir essen jeden Sonntag Abendessen im Restaurant. Sie setzen sich auf die Bank. Sie setzen sich auf die Bank. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Wir fliegen im Sommer nach Spanien. Sie setzen sich auf die Bank. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Wir besuchen jeden Sonntag meine Großeltern im Altenheim. Wir besuchen jeden Sonntag meine Großeltern im Altenheim. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an einem Projekt im Büro. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Sie liest jeden Morgen die Zeitung im Wohnzimmer. Wir trainieren jeden Abend im Fitnessstudio. Ich gehe in die Vorlesung. Ich gehe in die Vorlesung. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Sie malt jeden Nachmittag ein Bild im Atelier. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Wir sehen jeden Freitag einen Film im Kino. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Sie spielt jeden Montag Gitarre im Musikzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch im Schlafzimmer. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Wir arbeiten jeden Tag an unseren Aufgaben im Büro. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Ich gehe jeden Nachmittag ab. Ich gehe jeden Nachmittag in die Bibliothek. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität. Wir gehen jeden Abend ins Restaurant. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Ich gehe jeden Morgen in den Wald joggen. Er fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Er fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe jeden Freitag in die Stadt. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich gehe ins Krankenhaus. Sie gehen in den Park. Sie gehen in den Park. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Ich entspanne mich jeden Sonntag im Garten. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich koche jeden Abend eine neue Mahlzeit in der Küche. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in den Park spazieren. Ich gehe jeden Tag in die Stadt. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich gehe jeden Tag in die Stadt. Sie wandert jeden Sonntag in den Bergen. Sie fährt jedes Wochenende mit dem Fahrrad zum Strand. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich reise jeden Winter in die Alpen. Ich gehe in die Universität. Ich gehe in die Universität. Wir fahren jeden Freitagabend ins Kino. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Er läuft jeden Abend zum Supermarkt. Sie liest jeden Abend ein Buch im Bett. Wir sind im Park. Wir sind im Park. Wir genießen jeden Sommer die Sonne im Park. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin in der Vorlesung. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin in der Universität. Ich bin in der Universität. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Wir spielen jeden Samstag Fußball auf dem Sportplatz. Sie tanzt jeden Samstagabend im Club. Sie tanzt jeden Samstagabend im Club. Zum Abschluss hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen, indem Sie auf den Daumen hoch klicken und unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung und wir sehen uns in den kommenden Videos.